Mit der meinDM-App haben wir eine neue Anlaufstelle geschaffen, die DM persönlich und digital erlebbar macht. Auf diesem Weg möchten wir den Service und das entspannte Einkaufserlebnis, das unsere Kundinnen aus den DM-Märkten kennen, sinnvoll ergänzen. Unsere wesentliche Aufgabe besteht darin, Service- und Shopping-Funktionalitäten der meinDM-App für iOS und Android zu entwickeln und in den App-Stores zu publizieren. Und zwar für DM Deutschland und alle Länder, in denen DM aktiv ist. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen aus den DM-Fachabteilungen entstehen Ideen für neue digitale Kundenservices. Dabei orientieren wir uns stark am Kunden und beziehen ihn mit ein. Von Kundenfeedback über verschiedenste Kanäle, UX-Labs bis hin zu regelmäßig stattfindenden A-B-Tests. Die Methoden variieren je nach Service- und Kundenproblemen. So entsteht alle zwei Wochen ein neues App-Release. Damit wir in kurzen Abständen releasen können, arbeiten wir agil und interdisciplinär. Außerdem arbeiten wir teamübergreifend mit Kollegen, die bereits ähnliche Features für die Webseite umgesetzt haben. Das alles mit Technologien, die eine gute Zusammenarbeit und eine Ruhrcode-Qualität ermöglichen. Die meinDM-App ist ein Gemeinschaftswerk und wir entwickeln sie zusammen mit mehr als zehn verschiedenen Teams bei DM und DM Tech. Als technologische Basis setzen wir auf React Native. Damit haben wir es tatsächlich geschafft, den Einstieg in die Entwicklung für die Produktteams so einfach wie möglich zu gestalten. So haben wir es geschafft, uns möglichst breit und flexibel aufzustellen. Dadurch vermeiden wir natürlich auch Engpässe, da möglichst viele Menschen an der App mit entwickeln können. Und deshalb suchen wir natürlich auch immer nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Entwicklung unterstützen. Die